Ich habe dich nicht verstanden. Jetzt sagst du mir, wo ich hingehen soll? Okay, sie tauschen da ein bisschen. So, jetzt bin ich zurück. Ich sehe heute genommen. Okay. Ja, ja, ja. Ähm, gerade... Rechts, ja. Rechts, rechts. Ich sehe, sie ist auf der Decke. Ja, okay. Ja, in die Richtung ist eine Tür. Aber ich sehe jetzt nicht weit, dass das... Ich sehe keine Gegenstände. Jetzt kannst du rechts gehen. Ja, geh einfach, geh einfach, geh einfach. Ja, ja. Ja, okay. Ja, links von dir ist auch irgendwas. Das ist eine soe Tür, wo das fliegt. Das ist alles gut. Geh mal da weiter, ja. Ja, da, da. Dann noch eine Krankenkasse. Dann noch eine rechts. Rechts. Ja, wieder rechts. Rechts. Links, 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 links. Ah, es hilft. Na, sagt er sie raus, doch. Cool ist, ich sehe bei deiner Kamera an mich. Ganz gut. Das ist nervös. Ok, geh mal da gerade weiter. Gerade, 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 da rechts. Dann da, ok. Da kommt was raus. Ja, da ist was, da ist was in Treppenhaus. Fisch. Ja, zack. Das Ding ist, du kannst mich immer zurück teleportieren. Das heißt, ich muss nicht zurück. Ja, stimmt. Aber da rechts geht immer wieder so ein roter Punkt. Jetzt ist er weg gerade. Aber da ist so ein roter Punkt runtergegangen. Ja, jetzt kommt wieder ein roter Punkt. Komm zu dir, komm zu dir. Komm zu dir. Ab. Rechts, 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 rechts. Na, mğimi das... Du hast noch auf ... Teleportiert mich! Teleportiert mich einfach, Mann. Alles Liebe, dollar! Geld! Herz, alles tolle. Vielen Dank.